Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Wir spielen heute die Demo von The Presenced oder so ähnlich in der Aussprache. Im Prinzip ist es eine Art Polizeisimulator in den 1980er Jahren mit einer Obendrauf-Ansicht, so wie die frühen GTA-Teile, GTA 1, 2 und so. Und man kann hier recht viel tun als Polizist, man versucht relativ authentisch zu sein, mit einer Story dahinter und natürlich auch einem freien Modus. Die Umgebung ist zerstörbar und ich habe ein kleines Preview dazu schon gesehen, das hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal die Demo hier an. Wir sagen Spiel, Neuspiel und dann geht es auch schon direkt los. Willkommen in Averno-City. Es kann sich hier aussehen, aber glaub ich, es ist roten zu den Boden. Das ist wo wir kommen, Averno's Finest. Wir haben ein Verkaufel, um zu schützen, um diese Stadt zu schützen, um zu schauen, um die Bürger zu gehen, um die Städte zu gehen. Es gibt die Schäuze, und es gibt die Schäuze, und dann gibt es uns. Die Schäuze, um die Schäuze zu schützen, um die Schäuze zu gehen, um die Schäuze zu schützen. Aber es ist eine Schäuze, wir verlieren, und jeder weiß es. Wir sind unterstaffed, unterpaid und überarbeitet. Wörter als das, wir haben die Schäuze auf unsere Beine, und jeder Lowlife-Punk und Thug denkt, dass sie sich in die Schäuze zu nehmen. Heck, ein paar von uns vielleicht sogar das Schäuze zu haben. Nicht all of Averno's finest, uh, that fine. Wir haben unsere fair share of rot, too. Was gut ist ein Oath von Hohne, wenn du keine Hohne zu betrachten hast? Aber ich glaube, in die Badge. Das Schäuze, das Mittel bedeutet etwas. Und hey, einige Tage die guten Leute kommen auf dem Boden. Aber die meisten Tage, die meisten Tage nicht so viel. All die Zeit, die Krieg ragen. Die Glückwunscher haben eine Flagge und eine Pläcke. Die Glückwunscher haben eine Flagge und ein 21-Gun Salute. Warum machen wir das? Die Wahrheit ist, für einige von uns, das alles, das wir wissen. Aber für andere, das ist in unsere Blut. Und sie bleiben at Lodge. Chandler, Sayers, Sie sind unterteilt. Sie sind unterteilt. Die Leute sind keine Schmerzen. Sie haben es, Boss. All right, ich weiß, dass du da rauskriegst. Kannst du warten. Aber bevor du alle in die Blut, ich möchte dich an unseren neuen Tender Lamb, aus der Akademie. Baa! Wo ist Bo Peep? Wo ist Bo Peep, wenn du sie brauchst? Ja, ich kann dir, wo sie war, letzte Nacht. Dieser Officer hat aus der Akademie in der Topf des Klasse. Ja, das und 50 Centen wird dir ein Kupfer. Und Nick Cordell, Jr. Was? Was? No way. Wir haben sicherlich viele große Schmerzen. Jesus, was das? Seriously? Sie haben ihn hier gezeichnet? Kowalski, wenn ich mich nicht. Ich habe nicht zu sagen, jemanden hier über den late Chief Cordell. His stellar record. The respect you had for him. His untimely death. Ich habe insbesondere nicht zu sagen, Recruiter Officer Cordell, who's lived with it every day of the last five years. Aber da ist eine Sache, ich möchte euch sagen. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow Brothers in Blue. Das ist was wichtig. Ich weiß nicht, was deine letzte Name ist, wer dein Vater war, oder wer du mit deinem Tag aufzunehmen. Unsere Wert kommt von dem wir tun, nicht von dem wir wissen. Ich möchte dich willkommen, Officer Cordell. Aber ich sage nicht, dass du es einfach auf ihn nehmen kannst. Auf ihn. Oder auf ihn. Er ist ein Kupfer. Just wie du. Just wie ich. Wir sind diejenigen, die die schwersten machen. Und diese Schmerzen sind diejenigen, die wir sind. Und Cordell? So, you're going to have to learn the streets and the precinct the same way these MOOCs did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch, Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly? Yeah, boss? The Rooks with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something. I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Ja, eben. Das ist die Grundstory. Wir sind frisch aus der Akademie draußen. Unser Vater ist leider gestorben, war aber hier eine Legende. Und ja, jetzt sind entsprechend die Erwartungshaltungen groß. Schaut mal, wie schön es hier aussieht. Und wann hat man zuletzt mal... Ein Spiel so in diesem Top Town. So GTA-mäßig. Wo wir wirklich Freiheiten hier haben. So, das da hinten ist die Asservatenkammer hier. Wir können natürlich mit den Leuten reden, wenn wir möchten. Naja, kommt jetzt nicht sehr viel. Da die große Zelle... ...für die bösen Jungs. Aber da kommen wir, glaube ich, gerade nicht rein. Ja. Oh. Wir kommen rein. Mit dir quatschen? Nee, mag er gerade nicht. Da geht's zum Helepad raus. Im Prinzip soll es dann halt so sein, dass wir halt in der Stadt alle Freiheiten haben. Und ich hätte wirklich als Polizist halt unseren Polizisten-Delegaten machen können. Empfang hier. Und man sollte das eigentlich mit dem Controller spielen. Ich spiele das jetzt erstmal mit Maus und Tastatur. Geht erstmal genauso gut. Alles klar. Ja, schau mal. Sehr von sich überzeugt. Okay. Willkommen in der City. Hier bei dem Fahrzeug beispielsweise können wir hinten zum Kofferraum gehen und unsere Ausrüstung wechseln. Wenn wir denn mehr hier drin hätten. Wir haben jetzt hier den Revolver, den Taser, einen Schlagstock und eine Taschenlampe. Lassen wir erstmal alles so. Wir steigen mal ein. So, W, A, S, D, soweit klar. Leere Taste Handbremse, F, aussteigen. Wenn wir Shift gedrückt halten, dann können wir die Sirene an- und ausmachen. Wir können Sirenen-Impuls machen, zufälliger Heulton oder halt nur das Blaulicht. Und wenn wir auch die Sirene anmachen, dann weichen die Autos entsprechend aus. So, erstmal Hot Dogs futtern. Nachdem wir in der Polizei sind, können wir hier halt jeden Scheiß machen. Wie zum Beispiel den Unfall bauen. Das ist ja ganz normal. Es gibt auch ein Schadensmodell. Warte mal, kann ich dich umfahren? Yeah, das funktioniert. Okay, das ist unser Goal. Erste Amststätigkeit Hot Dogs futtern. Was ein Klischee. Und das sieht nach dem besten Hot Dogs Stand aus in der ganzen City. Naja. So, essen. Ah, Tube Steak. Breakfast of Champions. How'd you take yours, kid? Ja, mit allem nur Ketchup. Was, alles außer der Wurst? Geht's noch? Sicherlich nicht. Nur Ketchup. Hm, nee. Einmal mit allem. Ein Maximalist. Okay, respect that. What's the damage, Farid? Leo, my friend. For you, no charge. Farid, you old softie. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs, too. Ah, of course you do. We came up to the Academy together. Took different paths when we got on the Force, though. Ah, Minimum Effort. Okay, wenn du durch einen Notforderierst, schaltest du das Licht und die Sirene ein. Dadurch werden andere Fahrzeuge ausweichen. Ja, okay. So weit wissen wir das schon. Ab zum Bankenwerfer, Licht und Sirene. Geht schon. Die Map übrigens, ah ja, GD mit M, ist natürlich jetzt nur für die Demo abgespeckt. Es soll eben im späteren Spiel natürlich wesentlich größer werden. Wo muss ich jetzt hin? Da hin, ne? Okay. Gut. Oh, war es ein Weg hier? Okay, mir funktioniert das jetzt hier. Rechts gemacht hast du dir ziehen, link machst du dir schießen, nachladen, C, Deckung gegen Waffe 1. Ah, so weit klar. Okay. In Deckung gegen C. Now, remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Okay. Okay. Freeze! Lock your weapons! Morons! Listen, we're gonna give us a choice. Light them up. Okay. Okay, this ceiling is magnetic. Nice. Nice. This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the number one news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... Hold on. There's moving at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... Oh my goodness. Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Nice. Erfolg gesagt. Mach ich. So. Rufe verstärken, wenn du sie brauchst. Du verdienst Unterstützungsmarken. Wenn du dich gut verhältst. Zum Beispiel, wenn du bei einer Verfolgungszeit in der Nähe eines Verdächtigen bleibst. Wenn du genug Marken verdient hast, kannst du Unterstützung anfordern. V für Unterstützung. Oh, das ist ein bisschen doof. Jetzt weiß ich... So, was haben wir denn? Unterstützung der Polizeiwagen. Nagelsperre. Mach mal das mal. Achso, da hab ich nicht... ...wird für den verfolgten Fahrzeugen eingesetzt. Hmm... Gut, mehr geht glaube ich nicht. Komm Junge, bleib stehen. Ah, jetzt. Nagelsperre. Hä? Ah, wenn ein Fahrzeugverdächtige leben, bist du gefugtödlich Gewalt anzureden. Achtet auf, dass du keine Zivilisten verletzt. Linke Maus hast du schießen. Okay. Okay. Achso, warte mal. Sirene anmachen wäre natürlich was, ne? Alter. Weg hier, weg hier, weg hier. Ah, was haben wir denn hier noch? Zu viel... Achso, warte mal. Falsche Button. Alter. Ah, Unterstützung durch Polizeiwagen. Also, kann ich grad nicht. Weil wir da zu wenig. Ja, ich versuch's ja. Ähm... Unterstützung durch Polizeiwagen, bitte. Ja, da haben wir schon mal einen. Hä? Aus dem Weg? Suspekt Vehicle last spotted on. Fenwick Intersection 3. Close the gap, Boot. Ja. Ähm... Nagelsperre. Jetzt steht doch Officer. Wenn's dir was bringt, ne. Suspekt Vehicle last seen in. Portolo Helm. Oh, shit. Der Regen hat hier Effekte. Hahaha. Moin, Kollege. Hahaha. Ja, ich mach ja schon. Weil ich hab ewig nicht mehr so was gespielt. Suspekt is on foot. Okay. Gipferdächten gesteht die Möglichkeit, sich friedlich zu ergeben, wenn du einen Sprachbefehl gibst. Wenn du die... Wiesenschutzansage eines Verdächtigen vollständig erschöpft ist, ergibt das sich. Ja, Trostly Verdächtige reagieren möglicherweise nicht auf Sprachbefehle. Left Control Sprachbefehle. Stopp there. Okay, und jetzt? Ah. Ah. Suspekt is in handcuff. 84 to central. We got a 1015. Pursuit has been terminated. Copy that 84. All units stand down. I repeat, stand down. Huh. You did good, kid. Wirklich? Okay, und jetzt werde ich dich schon eskortieren. Und fahren. Ja, wow. Die Polizeistation ist gerade da hinten. Wow. Na gut, die Karte ist recht klein. Okay. Ah, verdächtig diskutiert. Er hat immer noch so eine Geldtasche bei sich. Also, Geld sagt so. Bin egal. Ja, ja. Habt ihr was für euch? Okay, hat der Festnahme. Brookhaven, Straftat, Überfall mit tödlicher Waffe. Schwerer Überfall. Plus zwei, leichte Verstöße. Rechte vorgelesen? Nein. Gut. Okay. So, warten kann man. Ach, da hinten. Gut. Oh, no. Meet Eugene. Our evidence guy. Eugene Papadopoulos, at your service. Did Kelly try the old, you drive my hip hurts routine on your head? Hey. Hey. Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job is to know where everything is. Which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. Eh, we do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, uh, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a beach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. Now, see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Ja, wie wäre es zum Beispiel mit dem geschuldenen Geld? Weil das wäre jetzt nicht schon ein Beweis. Okay, beende deine Schicht an deinem Schreibtisch. Natürlich. Ja, spannender erster Tag. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Ja, natürlich. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is gonna be about old-fashioned police work. You're gonna walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Okay. In deinem Handbuch findest du die Verstöße, auf die du achten musst. Handbuch mit H. Okay. Und da haben wir jetzt quasi die Übersicht von dem, was es hier so alles geben kann. Und wo wir halt Gewalt anwenden dürfen und wo halt nicht. Also alles Mögliche hier drin. So. Ich muss die Vergleichen abdecken. Okay, das ist relativ umfangreich hier. Also. Wo wir mal Parknöpchen verteilen. Muss hier auch jemand tun. Okay. Es gibt sechs Arten von Parkverstößen. Behinderung eines Hydranten. Entgegen der Fahrtrichtung. Zur nahen Erkreuzung. Auf dem Gehweg. In der Parkverburtszone. Haku abgelaufen. Okay. Let's go find some Parking-Violations. Einfach irgendwo? Achso, ich soll dir vorher warten. Okay. Blocking a Hydrant. Parking in the opposite direction of traffic. Too close to a crossing. Or on the sidewalk. Oh, and of course. Parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Okay. Jetzt zum Beispiel das hier. Okay. F hat einen Parkstuhl. Ah, den muss ich dann auch auswählen. Blockieren ist wie Kanten. Nice. Ob das dann so weggeht, dass wir dann auch Fahrzeuge abschleppen lassen. Und ich seh schon rein. Ah, es wird automatisch eingeblendet. Aber er hier ist rot. Okay, das heißt, du bekribst ein Knäulchen. Yes. Hey, you're getting the hang of this ticketing. Einfach liegen auf der Scheibe. Okay. Okay. Du bist der Boss. Und darf das so parken? Oder geht der schon auf dem Gehweg? Okay. Auf dem Gehweg. Ich kann das Fenster einschlagen. Okay. Was, wo? Okay. Jedem Verbrechen, das du bearbeitest, wird eine Stufe erlaubt, der Gewalt zugewiesen. die nicht überschritten werden, auf den Stufen sind. Ja, ist aber klar. Ein paar für Details. Kann ich dich bedrohen, wenigstens? Komm, er hat nicht aufgehört. Dann nehme ich halt einen Schlagstock. Oh, er gibt gerade direkt auf. Okay. Sichern. Okay. Äh, Interaktion, eskortieren, sprechen. Auflösen. Was passiert da? Ah. Könnte ich dich ja festhalten, freilassen. Bußgeld verhängen. Wenn ich jetzt mal gemacht. Okay. Ciao. Nicht weitermachen. Ich kann mir vorstellen, dass man das leicht übersieht. So, mehr so Spree-Kandidaten, sagst du. Ah, wenn er so einen Hotdog-Dude. Da. Schlagstock auswählen. Rechte Meister, sie blockieren. Linkes angreifen. Fuck. Was? Hier umgebracht? Ich hab doch nur mit dem Schlagstock draufgekaut. So. Machst du das? Ja, jetzt hat er aber nix gemacht. Und halt festnehmen. Hä? Ich hab irgendwas, das hier bugt. Ja, er greift mich jetzt nicht mehr an. Ja, ich glaub da ist jetzt irgendwas verpackt. Ein hinreichender Verdacht auf einmal. Ja, eben nicht. Ja, ich glaub die Mission ist echt ein bisschen broken. Kontroll 1039 in Progress. Ah. Okay, jetzt ziehchen. Du hast deinen Baton benutzt, um dich zu retten. Ja, das ist fair genug. Aber nächste Mal sieh, wenn du ihn erstens verbreiten kannst. Ja, okay. Okay. Okay, festgehaltene Verdächtige müssen zum Revier eskortiert werden. Entweder selber oder halt jemanden anrufen. Das machen wir. Äh, wollen wir nicht warten, bis er abgeholt wird. Verdächtige können Widerstand leisten, angezeigt durch eine blaue Anzeige über ihren Kopf. Äh, okay. Gut. Ja, dann. Oh, der ist noch einer. Komm, bleib stehen. Komm ich doch rüber. Ah. Er hat aufgegeben. Sehr gut. So, Festnahmel zu Bandelismus hin, einfach acht für Festnahmel. Okay, dann festnehmen. Okay, und den muss ich jetzt selber eskodieren, weil die Polizeiwache gerade nebenan ist. Ja, praktisch. Okay, einmal rein hier. Äh, betreten. So, let's see. Wo ist das? Da hinten, glaube ich, ne? Moin, Kollegen. Naja, die Demo ist noch nicht ganz ausgereift. Söderle. Da hab ich jemand für euch. Bestandmel zu Bandelismus. Unterschreiben. Gut, wenn nicht eine Sch... Oh, Schöder vorbei. Aber gut, das ist jetzt nur die Ausbildung fürs Erste. Also, so eine Schicht kann ruhig ein bisschen länger gehen. Okay, er schaut die Bericht an das Büro des Chiefs. Wo ist der? Ach, da hinten. Moin. Schöder? In any case, we're going to need to keep this quiet. Even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael McKenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Okay. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in two. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for- It's the right time for you to obey orders, Flight Officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there. Yeah, cool. Cool. Einmal Helikopterinsatz. Wohin? Irgendwo da hinten. Ah, da auch, Helipad. Oh, sehr cool. Und auch. Ich muss selber wegen Leertaste aufsteigen, C sinken. Rechte machst du das Tisch. Und Maus. Okay, aussteigen, Unterstützung anfordern. Das ist ähnlich wie Autofahren. Da kommt jetzt ein bisschen mehr mit dazu. Fennwick Intersection 6. Also, wo ist der? Welchen Sportwagen? Ach, da hinten irgendwo. Ja, geil. Das mit dem Scheinwerfer ist cool. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn. Oh, Kamera. Okay, halte den Scheinwerfer um das verdientel Fahrzeug gerichtet, um Unterstützungsmarken zu verdienen. Ja, okay. Das läuft halt wie beim Auto. Muss einfach schön im Kegel jetzt hier drin bleiben. Da schützt du durch Polizeiwagen. Können wir das gerade nochmal machen? Okay. Oh, sehr gut. Bereitschaftswagen geht nicht, Nagelsperre. Yes, und da ist er. Nein, Scheiße. Also, wie war noch mal drehen? So. Ich habe es mir echt schlimmer vorgestellt. Unterstützung Polizeiwagen. Nochmal. Okay, die KI ist auch gott schon brutal drauf. Warte, ich will da mal kurz zugucken. Ja, die nehmen den jetzt wirklich fest und nimm mit. Cool. Okay, wo ist denn die Basis da hinten? Wie hoch kann ich da fliegen? Ah, gut, das ist schon das Höchste. Partyclub da unten. So, äh, absteigen. C. Moment, kann ich auf der Straße landen? Ich muss das mal kurz probieren. Okay, es geht nicht. So, dann halt hier. Aufsteigen. Perfekt, genau. Jetzt, absolut in der Mitte. Noice. Not bad, Rock, not bad at all. Excellent police for Cordell. Let's hope it gives us something solid to go on before the August gang strikes again. Noice. Tja, und das ist dann wohl das Ende von der Demo. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das noch Spaß macht dann im fertigen Spiel, wenn man dann hier wirklich frei Polizist sein kann. Natürlich mit einer Story begleitet nebenbei. Aber wenn es draußen ist, schaue ich mir das auf jeden Fall nochmal an. Sieht spaßig aus. Vor allem endlich mal wieder was von oben, so im GTA-Style. Hm, doch, ich glaube, die werden in Zukunft ein bisschen Polizist spielen. Fahrstil natürlich chaotisch, aber ich werde mir dann, denke ich mal, einen Xbox-Controller holen, so wie das Spiel ja auch das eigentlich empfiehlt, zu spielen und nicht mit Maus und Tastatur. Aber es geht einigermaßen gut, nur das, wenn man halt mit dem Auto unterwegs ist, mit der Unterstützung ist ein bisschen meh. Da geht es natürlich mit dem Controller ein bisschen besser. Was ist eure Meinung zum Spiel? Schreibt es doch unten in den Kommentaren rein. Und wenn es noch verfügbar ist, holt euch einfach die Demo selber und probiert es aus. Bis dahin. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschö, 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 tsch